Pfeifen 2023 Kenju Fox Auto Loading Class Klass hier unterdauern der sie bekommen zu einem neuen Let's Play und zwar die Simpsons Hit and Run und ja ich mag nicht so lang drauf rum rumreden nämlich wollen wir natürlich gleich ein neues Spiel anfangen Hallo hier wir grüßen mit einem Röpsen und damit sage ich New Game und wir fangen an hier leider habe ich das Spiel bloß im Englischen gekriegt und wir müssen uns immer auf Englisch spielen aber naja ich denke ich würde nicht so gut sein okay also New Game und dann starten wir mal ja und wir starten ja und wir starten ja das war mein Runds Hotdog Eating Contest also ein Hotdog ist okay okay alle die es nicht wissen sind 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 sowas wie GTA nur halt mit die Simpsons und ohne Waffen also gleich fast gleich wir fangen mal die erste Mission an so wie ich auch ich auch die kreis klar wohl es ist wohl ein unser Kind wahrscheinlich Milhouse Okay, also wir müssen erstmal ein paar Sachen holen, ähm, Que-E-Mart, oder wie der heißt, und denke ich, fahren wir mal los. Ich bin übrigens ein schlechter Fahrer. Ich weiß, das ist nichts etwas zu laut, ich muss es einfach mal leiser stellen. Vor allem das Auto ist sehr laut, lauter als ich. Und wow, wow. Ja. Ach ja, oben sieht man ja Windows 7, obwohl ich ja Windows 8 habe, wie jeder war. Wie die wüssten, die man in Windows 8 Video gesehen hat. Hey, Windows 10. Ah, well. Okay, jetzt packt's gerade ein bisschen. Komm, wir parken mal ein. Ich versuche natürlich das Spiel so gut wie möglich durchzuspielen. Geht natürlich nicht, weil man alle Bienen besiegen muss. Und ja. Aber hier können wir doch schon mal drauf. Ups. Naja, das war mal ein Sehversuch. Ich hab natürlich schon mal gespielt. Ich bin doch jetzt gerade offline noch so ein bisschen. Wir müssen da rauf springen. Wui. 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 Wie es eigentlich auch ging auf der PS2 oder Xbox 360 sind wie ich am PC spiele ich. Ich hab auch gerade den Xbox 360. Ich schweige denn PS2. So. Ja. 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 Oh, da war es zu easy. Booty Booty. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es die Karten sind. Aber naja. Wir werden's ja dann irgendwann rausfinden, denke ich. Wir gehen rein. Nun. Hier können wir was machen. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, komm, wir werden reich hier ein bisschen. Wir werden reich. Können wir noch mal mit dem reden? Wir haben nie einen Alarm ausgelöst. Hehehe. Cool. Erstmal hier ein bisschen Dreck machen. Congratulations, Homer. Mission complete. Go back home and talk to your mom to start the next mission. Okay, dann fahren wir mal nach Hause. Da hinten gibt's noch was. Das kann man da machen. Okay, da können wir Sachen kaufen. Okay. Werden wir uns merken, dass wir hier auch Sachen kriegen. Ja, und dann fahren wir mal nach Hause mit meinen guten Fahrgästen. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr schauen, weil ich mach manchmal Überlänge, manchmal mach ich zu wenig. Das ist so mein Problem. Beim Fahren backt's immer so ein bisschen. Aber naja. So. Ich find's eigentlich ganz cool gemacht. Ich mein, Assassin's Creed ist 2003 rausgekommen. Ich glaub, irgendwie wann im September. Ich weiß aber nicht genau. Hier erstmal bisschen durch. Hier gibt's Münzen. Ja, und ich meine, das ist eigentlich gut gemacht. Ich mein, von der Grafik hier eigentlich ganz gut und von dem ganzen Open World Design. Das ist auch ganz geil gemacht. Ups. Komm, jetzt gehen wir da rauf. Ah, jawohl. Und wenn man hier solche Sachen hat, dann passieren immer ganz lustige Dinge. Wie das zum Beispiel. So, da kommen wir doch auch mit... Mit Leichtigkeit kommen wir doch da rauf, oder? Entschuldigung, Karte, jawohl. Das schaffen wir doch. So, was passiert da? Also, grillen tun wir nicht. Was, kann man das öfters machen? Nö. Nö. Komm, das einmal. Was passiert da? Können wir... Ne, wir können nicht sterben. Naja. Komm, wir gehen mal zum Nachbarn rüber. Können wir da ausmachen? Nö. Komm mal da. Nö. Ist das aus dem Baum? Nö. Nö. Oh, was... Bin ich schon wieder so ein Drecks wie ich. Aber ich mein, ich find's ganz cool, dass man hier so viele Monzen trägt. So. Jawohl. 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 Komm zu, Papa. Jawohl. 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 Komm zu, Papa. Und man kann ja auch seine Arbeit reingehen. Kann man da machen eigentlich? Wir warten für die Apocalypse! Hm, das sind wahrscheinlich die Kinder auch rüber. Kann man da rüber? Kann man eigentlich schon, oder? Rauch! Mein Bikini-Zone ist chafing! Nö, können wir nicht rüber. Wir hatten ja am Eingang so... Trennen. Ich weiß hier, wie man rennt und so. Ich hab's ja schon gespielt, wie gesagt. Ich hab's durchgespielt. Ich war schon... Es gibt ja... Es gibt ja... Bei... Hier... Level Progress. Gibt's hier so viele Missionen. Wir haben... Level... Ich glaub mal, 11% komplett. Das Level. Und man kann... Wenn ich mich hier recht erinnere... Man muss, weil man hat verschiedene Abteile... Zweimal muss man, glaub ich, Homer spielen. Am Anfang Homer und dann irgendwann am Ende, glaub ich, auch nochmal Homer. Nach Homer kommt, glaub ich, March, die wir dann spielen. Da... Danach... Kannst du irgendwie sehen. Danach kommt, glaub ich, Bar. Danach kommt dies und danach, glaub ich, wieder Homer. Komm... Mission Select. Kann man das... Ja, hier können wir was. Nö. Nö... Nö, kann man sich... Aber im Startmenü könnten was sehen. Safe Game. Da oben ist mein Spielstand. Yes. Ja, haben wir gleich schon mal gespeichert. Und dann... Können wir mal in den Menü reingehen. Und dann kann ich es euch zeigen. Hm, cool. Nö, ich glaub da drin was gestanden. Ja. Also, zuerst spielen wir Homer. Danach... Und dann spielen wir Bart. Danach Lisa. Danach ist Marge. Danach... Was? Wusste ich... Den Ender spielen wir auch. Cool. Cool, cool. Bin ich nicht gut. Dass wir den auch spielen können, dann können wir mal wieder Bart. Also, zweimal Homer, zweimal Bart, einmal den Ender, einmal Marge, einmal Lisa. Gut, dann hätten wir was. Game Stiles, was? Hm, okay. Hm. Warte mal, waaah. Es gibt 140 Wespen. 4 Movies, 140 Wespen. Also, da haben wir gerade mal 2. Story-Missionen, da gibt's 49. Bonus-Millionen, 7. Straßenrennen, 21. Collector-Cards, 49. Da sind diese Karten. Charakter-Clothing, 21. Ich weiß gar nicht, der Rest kann hier ein Game-Completter hinsen. 1,6% haben wir es durchgespielt. Wir wollen es natürlich versuchen. So viel, also so weit wie es geht zu spielen. Ja, ja, ich weiß, wir waren hier. Bevor wir zu ihr gehen, gehen wir mal ins Haus rein. Wop. So. Was gibt's denn hier? Die Glotzen mal. Was? Bei mir stand vor mir mal so ein Napfen, dann ist Ding angekommen. Wie heißt die Kleine nochmal? Maggie, oder wie die heißt? Ist dann so angekrochen gekommen. Ich schaue nicht so auf die Sims. Ich schaue zwar gerne, aber nicht so oft. Sie sehen die ganzen Namen, weil jetzt hier weiß ich, den wir spielen jetzt gerade Homer. Da war da so ein Napfen, da ist die angekrochen gekommen, da ist die Napfen gedruckt von unserem Hund. Nicht trubrecht, da weiß ich vielleicht auch den Namen. Also, ein bisserl kenne ich die Namen dann schon. So, dann gehen wir mal zu March. Ja, wir müssen Lisa, wir müssen vor so einem Deppen an der Schule sein. Ich hasse diese Mission. Fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Hau ab! Ja, wir müssen vor Skinner in der Schule sein. Da vorne ist er. Irgendwie, keine Ahnung wieso. Ich hasse solche Rennen. Wo man dann gegen jemand anderen fährt. Hau ab Skinner! Ich kann keiner leiden. Das sind Erste. Ja, da unten sieht man... ...die vorne sind die Polizei geküftet. Und wenn die ganz voll ist... ...dann heißt es, hit and one, dann haben wir für die Polizei gejagt. Eigentlich praktisch wie geht die gejagt. Ja! 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 Jawohl, wir haben nicht geschafft. Von diesem Deppen-Szenario hinzukommen, komm 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 komm. Gut, dann ist doch ganz toll. Ich hab' wieder eine Mission geschafft. Hey, hallo! Ich hab' wieder eine Mission geschafft. Hey, hallo! Ich hab' wieder ein Modeling-Clay! Hier gibt's noch manchmal welche Schraubenschüssel. Dann können wir unser Auto... ... ... ... ... ... ... ... Ich denk' wir werden den Weg nach Hause schon eins finden... ... ich schau mal, ص started um nach附 да. Oh, jetzt anscheinend ein Unfallfall. Ja, das verstehe ich aber nicht wie ein Unfallfall ist. Das ist ein Auto von Skinner. Ich weiß nicht, da ist irgendwie ein Unfallrichtig. Da hinten... ...pässe. Hierbei... ...bei... ...guck dir mal was du mir an. Na, abgestimmt wird man auch nicht gleich genommen. Ich denke, beim nächsten Mal muss ich die Musik ein bisschen leise stellen. Ups. Hier. 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 Hier die Welt laufen. Hier. Das geschieht. jaws. ich mich erst mal von euch verabschieden. Ich sage Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die ich wahrscheinlich morgen ausmachen werde. Ciao und bis zum nächsten Mal.